Halt die Fresse, ich muss kurz zu drehen. Sorry, ich bin auch so ausgebrochen, Digga. In diesem Video passiert etwas Neues, wir haben in GTA 2 Maps, so wie die Losers gezockt. Yo, 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 yo. Tera Leute, wir sind wieder der Kindergarten Bros. Und willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute machen wir in GTA ein Raw... War... World Ride Live 2 Any Car. Ich nehme einfach den getunten, einfach, oder? Ne, nehmen wir ungetunten. Ungetunten T20 oder? Ja, Laus. Wo ist denn der T20? Ah, da. T20 habe ich. Ungetunten. Hallo, nix gut. Wo ist denn der T20, oder? So in der Farbe... Der heißt T20, gell? ja nein nein er startet aufhören ich habe jetzt irgendein random auto ich habe jetzt irgendein random okay ich habe mich ich auch nicht ich habe mich auf bestätigen gedreht komplett so ACAB bis bescheid jux liebe größe an josef der das video zu 100% sehen werden aber du kannst halt nicht fahren ich schon wieder den vorteil oder oder ich habe gerade ein geiler schein drinnen ich habe gerade ein geiler schein drinnen lecker oder richtige countrymusik ja also ich habe kaum viel musik verstanden so ich bin mal auf dem warweit drauf auf dem warweit bis auf dem warweit oh shit und wenn du dich gefallen auf dem warweit auf dem warweit wenn du das warstrahl mache dann kriegst du den 10 aufhören nein dann kriegst du nicht hab eh verkackt Junge leck mich oh mein gott ich habe den warweit nicht geschafft das ist so leicht der ist komplett leicht was laberst du digga der ist wirklich gleich halt die fressen muss kurz drin sorry ich bin auch so ausgebrochen digga digga halt die fressen wenn ich das erste try schaffe dann müssen wir noch nicht mehr bezocken digga du hast ihn nicht für den ersten try geschafft ich habe den punkt zum ersten try easy das war dein zweiter versuch in der zweiten try ja und ich habe intruer ja mann du jetzt habe ich schon noch einen nach einem zweiten try schon geschafft oh so ach so es gibt mehr runden es gibt nur einen es gibt 3 runden hast du das nicht gewusst wenn ihr nicht zu kurz ist werden wir noch eine andere herunternehmen ja fix Weil das macht schon irgendwie Bock. Vor allem wenn es so easy ist. Naja, also... Es ist ja leicht. Der war viel zu einfach. Ja, viel zu einfach. Wir sind einfach GTA Bros. Haben zwar noch nie so irgendwas richtig gezockt, so wie Losers zum Beispiel. Aber wir sind trotzdem groß. Ja, ich habe die Xbox. Oh nein, ich lieg am Rücken wie eine Schildkröte. Komm doch mal First Trail. Wenn ich die zweite Runde ins First Trail mache, bin ich der Kinder. Oh, das ist komplett easy. Wenn ich den First Trail schaffe, dann kriege ich den Zähler von dir. Einen Fortslot bekommst du, Digga. Was? Nichts bekommst du. Nein, ich überdrehe mich. Ich habe es schon wieder geschafft, Digga. Es ist so easy, Bro. Eieieieiei. Aber bei der Xbox 360 da hat es keine Parcours gegeben, wo ich gezockt habe. Das war lustig. Also, lustig war es jetzt nicht. Das war eigentlich schon traurig. Es gibt noch eine Runde. Drei Mal muss man das machen. Sag ich ja... Drei Runden. Okay, zwei Runden habe ich schon, Digga. Das ist so easy, Digga. Ich habe Sekten fast schon. Hast du aufgetunden? Nein. Ich habe meinen komplett aufgetunden. Ich kann ihn nicht komplett auf-tunen. So zu den die Gesellen, ne? Ja. Ja. Aber Jungs, ohne Spaß. Weil ich muss doch ins Ziel springen bei der Map. Weil es nicht anders geht. Und Digga ist ja nur 25 Sekunden Zeit. Nein. Blödsinn. Ja, aber auf jeden Fall, wenn ich dann im Ziel bin, werde ich einen Cut setzen und warten auf Niklas. Und dann werden wir noch eine neue Map starten. Oder neue Map, sozusagen. Müssen wir noch überlegen, was für einer wieder auf jeden Fall ist. Falls ihr öfters sowas sehen wollt. Und wenn ihr es gut unterhaltet, dann lass jetzt ein Like und ein Abo da. Weil bei den letzten Videos lass ich irgendwie keine Likes da, Digga. Jetzt guckt das Video zwar, aber lass einfach keine Likes da. Und ich habe es schwer geschafft, Digga. Wie easy ist das bitte? What the fuck? Ey, das finde ich schon sehr traurig. Weil ich mir in den letzten Videos schon sehr viele Mühe gegeben hab, ne? Diese 15 Minuten Challenge. Ja! Easy gekleppt. Und ich hab verkackt. Bars. Tschüs! Wiedersehen, ich bin im Ziel. Wir sehen uns nochmal bei der zweite Map. Wir sind mit der zweite Map. Das ist ein Wall-Wall-Wright für Fort. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Sprich du mal aus, sprich du mal raus. Nein. Sprich aus. Wall-Wright. Wall-Wall-Wall-Right. Wall-Wright. Du musst starten, btw. Ja, ja, weiß ich, Bro. Okay. Ja, auf jeden Fall machen wir grad ein Wall-Ride für Fortgeschritte, ne? Ich hab Nikos gesagt, das ist wahrscheinlich 2 Millionen Stunden. Weil wir komplett scheiße sind, glaub ich. Oder? Das ist wie komplett scheiße. Nee, ne, mit T20. Such jetzt sofort den T20. Ich kann nichts machen, das musst du machen, das musst du machen. Hab ich? Ich bin... Ich weiß nicht, Bruder. Hä, ich hab schon T20 ausgesucht, Bro. Ja, ich kann nichts aussuchen. Ja, weil du vielleicht dumm bist. Ich konnte nichts aussuchen, ich konnte nur bereit machen. Die ganze Zeit. Blödsinn? Ja, ich rück dich nicht an, Junge. Komplett los. Aber ich glaub, ich sollte einen T20 haben, wenn du auch aussuchen. Weil ich konnte wirklich nichts aussuchen. Ja. 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 Irgendwie starten die Map kurz neu. Also bis gleich. Hä? Das funktioniert doch. Wir haben das ganz schön neu gestaltet. Wie auch ein Schweih, äh... Okay. Red du einfach. Jetzt haben wir auch zwei Autos, ne? Ja. Äh, alle ohne Aktion und Nose zu nebenbei. Mitschreiben. Gib ihm, Bro! So. So, ich fahr an. Das wird dir nichts bringen, weil ich erst mal eine Runde am Auto fahren muss. Nein! Oh Mann ey! Ich war das... What?! Hauptsache ich blotier gleich, Digga. Ich war so... Mann, das ist immer so... Es ist wirklich unnötig. Ich weiß, es ist sogar unnötiger. Für was? Ich fahr, ich hab einen richtig guten Start, Digga. Was passiert? Endlich kommt die Stadion explodiert einmal. So, und nach der ersten Runde geht's auch los. Und jetzt? Okay. Hä? Oh. Ich bin nicht bestwahrscheinlich. Ich schwör, war das ja. Ja, komm. Ich bin sowas von rausgefallen. Ey! Die Runde war gerade sowas von unnötig, Digga. Das war gerade sowas von unnötig, Digga. Das war gerade sowas von unnötig, Digga. Das ist halt nicht so. Ey, was passiert hier? What the fuck?! Oh mein Gott, ich bin drauf. Nein, nein. First Strike! Oh Mann ey! Das war so cool. Sebastian? Du hast es nicht geschafft, First Strike. Ähm... Hast du nicht. First Strike. Hast du echt? Bist du beim Punkt? Warte. Schaffst du ihn? Ja. Halt die Fresse, oder? Ja! Ja! Ich bin also gut! Safe, oder? Komm. Ich steh schon vor einem Ziel. Nein! Hä? Oh Gott. Ich bin auch der Beste. Ja, Gott. Du bist ja gut. Du bist wahrscheinlich echt, ja. Ich weiß nicht. Ich hab's auch geschafft. Schwer? Ja, ja. Einfach ran, Digga. Digga. Wie geil ist das, Digga? Oh mein Gott. Hey, aber Digga. Wollen wir jetzt noch mal mit Branden bringen, oder? Keine Ahnung. Jungs, was seid ihr? Okay, hast du gehört? Ja. Ja. Perfekt.